Künstler werden, das sagen manche Menschen so leicht, aber ab dem Tag der bestandenen Aufnahmeprüfung hört man die Stimmen der Tanten, der Mörder und der Zweifler. Es ist nicht einfach, man kann nicht davon leben. Du bist vielleicht nicht gut genug, du kannst es doch nebenbei machen. Du bist nicht Picasso, auf dich werden sie nicht gewartet haben. Es ist verdammt schwer, du wirst zum Alkoholiker. Du wirst unter der Brücke schlafen, es wird dich unglücklich machen. Und übrigens, die Flosse hätte ich anders gemalt. Was? Die Flosse. Und ich hätte das Bild tiefer gehängt. Viel Platz gibt es nicht. Diese Leute lügen, sagt Jean darauf.